Kasper, ein Freund und ich wollten einen Campingtrip machen. Doch auf einmal wurde das Wetter extrem schlecht, hat geregnet und gedonnert und wir sind einfach eingesperrt worden auf unserem Weg, Freunde. Wir müssen probieren, uns einen anderen Freund zu finden, bevor das Schlimme passiert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem BeamNG Halloween Special. Lass ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Endlich hat der Regen aufgehört, Kasper. Boah, es war so nass alles, Alter. Gut, dass wir uns unterstellen konnten. Aber wir haben Jimmy verloren, der ist einfach weitergefahren. Lass uns aber trotzdem erst mal wieder zurückfahren, okay? Ja, das war so gruselig da hinten. Ich habe mich fast in die Hosen gemacht, ey. Nein! Was ist das denn? Vor dem Sturm ist einfach der Weg, einfach abgeding ins Wort, Leute. Oh nein. Oh nein, jetzt kommen wir ja auch nicht rüber. Das heißt, wir müssen umdrehen, wir müssen eh Jimmy suchen. Genau, okay, dann lass uns jetzt am besten echt mal Jimmy suchen. Aber es ist echt alles ganz hier verrückt, weil die Sonne geht auch gerade unter. Ich sehe auch sogar schon den Mond und wir müssen es schaffen, ihn zu finden, bevor es richtig dunkel wird, Kasper. Bitte nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst hier im Wald alleine. Sag mal, wir kommen ja nicht mehr raus. Ich weiß, es ist auch irgendwie ganz, ganz komisch jetzt hier. Ich weiß auch nicht, auch alles, irgendwie nur die Stimmung und so richtig so Halloween-mäßig. Voll neblig geworden auch alles um uns herum. Was ist jetzt hier vor... Oh mein Gott, Kasper! Was ist hier? Yo, was ist das denn? Hier ist irgendwie so ein Gruselhaus oder so, ne? Warte mal, ich steige mal ganz kurz hier aus. Ohne Probleme, so, aussteigen. Okay, warte, zeig mal, ja. Alter, du bist ein Schneemann! Hä, wieso? Du bist ein Schneemann! Alter, du bist auch ein Schneemann! Hallo! Hallo! Alter! Jetzt mal kurz reingucken. Ist hier irgendwie... Jimmy! Jimmy! Jimmy, bist du hier irgendwo? Keine Spur von Jimmy. Dann lassen wir kurz gucken, ob wir irgendwelche Hinweise weiterfinden auf dem Weg, der weiter jetzt hier geht. Wo hast du überhaupt das letzte Mal gesehen? Weißt du das noch? Er ist einfach richtig schnell weitergefahren, ne? Ich meine so, Jimmy, Jimmy, es regnet, es wird auf jeden Fall leicht da und er ist einfach weitergedüst, ne? Das heißt... Alter, was ist los mit dem? Der muss hier irgendwo jetzt hier bei dem Weg jetzt hier sein, ne? Ich meine, es geht ja auch die ganze Zeit hier weiter. Und, Alter, die Sonne geht, glaube ich, gleich unter, Kasper. Das ist gar nicht gut. Ja, wie es aussieht hier. Das ist echt gar nicht gut, Freunde. Oh, 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 da ist hier die Sonne durch. Ja, Mann, ja, Mann. Warte mal. Hä? Was ist das? Hier ist... Hier ist so ein Turm. Denkst du, wir können hier hochgehen und nach Jimmy suchen oder so? Denkst du, das könnten wir machen? Ja, lass mal gucken, oder? Okay. Hey! Warte! Was ist los? Hier ist ein Hinweis. Wow! Warte mal. Was ist denn das? Geh mal runter da, du stehst da drauf. Du stehst da drauf. Was ist denn das für eine Karte, Alter? Hä? Das sieht aus wie eine Höhle oder so. Du stehst hier wieder drauf. Ja, ich glaube... Das ist wie eine Höhle. Okay, ich glaube, wir müssen... Oh Gott. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Ich glaube, da ist irgendwas... Ja. Irgendwas stimmte nicht, Leute. Irgendwas ist hier auf jeden Fall verkehrt. Ich glaube, Jimmy ist irgendwas passiert. Oder das? Oder glaubst du, Jimmy hat das hingelegt, um uns so Krümel zu hinterlassen, weil der entführt wurde oder so? Ich glaube nicht, dass er es an Jimmy hinterlegt hat, sondern nennt er einen Führer. Oh, guck mal, auch hier die Bäume, wie die jetzt langsam aussehen. Die sind richtig so verfault jetzt hier und so, ne? Stimmt, stimmt. So irgendwas... Was machst du? Alter, das war rutschig da gerade auf der Straße. Jetzt habe ich eine Beule vorne drin in der Motorhaube. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall ganz, ganz faul, Alter. Hier ist ja jetzt auf jeden Fall auch gerade so ein komischer Spielplatz. Der sieht auch ganz hinterlassen aus. Also hier sind doch irgendwie gar keine Menschen und so, Kasper. Ich weiß, wo sind die ganzen... Ja, normal sind hier keine Menschen, wenn es regnet. Die sind alle reingegangen. Ja, aber ich sehe auch nicht mal Häuser oder so. Eben, das war auch einfach so ein Haus, das einfach so hinterlassen wurde. Aber auch, dass uns kein anderes Auto entgegenkommt, ne? Ich weiß, das ist mir alles ein bisschen... Oh Gott, so ein bisschen suspekt. Okay, ich dachte gerade, da war so ein Baum wieder umgekippt. Also auf jeden Fall, der Sturm hat auf jeden Fall seine Sachen gezeigt, wie krass der war, ne? Hey! Oh! Was ist das denn? Oh, sorry, sorry, sorry. Okay, warte mal, hier ist so ein Ding, hier ist so ein Zelt oder was? Hier ist einer gezeltet. Hallo? Ist hier jemand? Mein Gott, die Sonne geht doch gleich unter. Hier ist doch immer so ein Bild wie eben gerade. Nein. Was ist das auf? Das sieht aus... Was ist das? Es ist hier auf! Sieht aus wie so eine Höhle. So eine Höhle oder so. Okay, krass. Warte mal. Und das Feuer ist auch noch an. Das ist fast am Ausgehen aber. Wir sind da irgendwas auf der Spur, Kasper. Wir sind da, glaube ich, irgendwas auf der Spur. Ja, okay, okay, okay. Ich glaube... Also du hast hinten meinen Reifen kaputt gemacht. Das hängt ja hier so komisch... Gar nicht. Hier ist so komisch dran, aber halb so wild. Was glaubst du, was uns hier erwarten? Also, ich habe was gehört über diesen Wald, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das sind Erzählungen. Angeblich soll hier irgendein Monster rumlaufen in diesem Wald und irgendwie gerade Leute auffressen oder so. Nein, als ob! Ja, Mann, aber ich... Warte mal! Hallo, Jimmy? Wohnmobil? Alter, da liegt noch was! Hä? Echt jetzt? Nein, das ist... Ja! Was liegt denn da? Auch wieder so ein Hinweis? Sieht auch aus wie eine Bushaltestelle oder so. Ja, Mann, könnte so was sein, ne? Eine Bushaltestelle? Ja, safe. Alter, okay. Das sieht auf jeden Fall jetzt gerade ganz, ganz komisch aus. Hier ist einfach so ein Wohnmobil und hier ist kein Mensch, der da jetzt gerade drin ist oder so in dem Wohnmobil. Alter, das ist ja richtig, richtig gut. Der Mond geht immer weiter unter. Wir müssen uns echt langsam beeilen, ne? Ich weiß, ich weiß. Ich gebe schon richtig Vollgas jetzt hier gerade. Oh mein Gott, wo ist Jimmy? Wo ist Jimmy? Hey, Jimmy, bitte. Du musst uns irgendwelche Zeichen geben oder so. Oh, Alter. Wir sind jetzt hier auf so einem normalen Schotterweg. Hä? Das ist jetzt gar keine richtige Straße mehr, Kasper. Es geht weiter, weiter rein. Oh mein Gott, wo lang jetzt? Was? Okay, lass mal zuerst rechts rum lang gehen. Hä? Jetzt splitten sich einfach die Wege. Also wir bleiben auf jeden Fall jetzt erstmal zusammen. Nicht wie in so Horrorfilmen und so, wo die sich so trennen und dann wird einer aufgegessen oder so. Wenn die sich trennen, immer ganz schlecht. Nein! Ich weiß, es ist ganz, ganz... Alter. Alter, mein Reifen ist kaputt oder so. Alter. Was ist denn? Oh mein Gott! Was ist denn das? Alter! Das ist irgend so ein Horrorhaus oder so. Ein Hexenhaus? Was ist das? Oh mein Gott. Hey, mein Auto rollt weg. Nein. Stopp. Pack es, pack es, pack es, pack es. Stopp. Ich hab wirklich... Alter, was ist das? Guck mal, wie das aussieht. Das bewegt sich sogar. Das sieht aus wie Gehirn. Oh mein Gott. Ehrlich, ja. Ich weiß. Sieht echt... Alter. Hä? Was ist hier los? Wie krass ist das denn? Was ist denn das für ein Haus? Sag mal. Denkst du, Jimmy wurde hier irgendwie aufgegessen oder so? Boah, das könnte sein. Nee, glaub ich nicht. Sonst würden wir das Auto sehen. Ey, das ist... Okay, dann lass mal den anderen Weg wieder nehmen, Alter. Hier ist auf jeden Fall aber kein Hinweis oder so. Ich hab gerade alles abgecheckt. Aber es wohnt da auch keiner. Das heißt, es ist einfach nur so ein Haus, was gruselig aussieht. Auch die Bäume. Denkst du, vielleicht hat da mal jemand drin gewohnt oder das Haus, wo du so verflucht oder so? Boah, das wär krass. Stimmt, das könnte auch sein, ne? Ey, das wär richtig gruselig, wenn das jetzt so der Fall wäre, ne? Das wär richtig komisch. So, ich fahr jetzt hier kurz wieder zurück. Also es gibt ja auf jeden Fall so Horrorhäuser in diesem Wald. Das hab ich schon öfters gehört. Ehrlich? Du bist ja richtig der Wald-Experte hier. Ja, das kennst du nicht, die Geschichten. Nein, nein, nein. Nicht von diesem Wald. Okay, ich bin jetzt auf dem anderen Weg jetzt wieder. Und ich guck mal, ob uns hier irgendwas Neues oder so erwartet, Freunde. Oh mein Gott, da kommt auch irgendwas. Nein. Es splittet sich schon wieder. Links. Ey, nee, ne? Und einmal rechts. Lass uns zuerst links. Okay, diesmal nehmen wir zuerst links, du hast recht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Das ist, glaube ich, gar nicht gut jetzt hier. Was ist da vorne? Siehst du schon irgendwas da vorne? Nee, ich seh gar nichts. Siehst du irgendwas? Hä? Nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt gar nichts. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich gleich schon wieder splitte. Da weiß ich gar nicht mehr, wo lang. Alter, das wäre richtig crazy. Ich glaube, wir hätten einfach rechts noch gemusst. Hä? Warte mal, hier ist ein Haus. Nein. Ey, okay, hier ist Sackgasse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Was ist hier los? Nein, ich glaube, das ist so ein Haus, das gerade anfängt so verflucht zu werden oder so. Oh mein Gott, stimmt. Stimmt. Hä? Aber ist das so ein Bild? Ist da jemand? Oh mein Gott, das sieht ganz leer aus. Nein, da ist niemand. Guck mal, guck mal rein hier. Guck mal rein. Hier ist einfach irgendwie, sind auch nicht mal Möbel und so drin, ne? Hier ist auch die Tür zu. Was ist das für eine Aussage, Mann? Hier liegt was. Hier. Oh mein Gott, stimmt. Was ist das da? Alter, was ist denn da drauf? Das sieht aus wie ein Tsunami oder so. Das ist ein Öldeingang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer ist das denn? Hier ist ein Mensch. Hier ist ein Mensch. Weg, weg, weg. Das ist kein Mensch. Guck mal, wie der aussieht. Der ist infiziert oder so. Oh mein Gott, der ist infiziert, Kaspar. Schnell. Weg hier. Schnell, schnell, schnell. Geh dein Auto zurück rein. Alter, das ist gar nicht gut. Weg, 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 weg. Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Alter, auf einmal ist das so ein Zombie-Mensch oder so. Ich weiß, das ist... Oh mein Gott, Leute. Das heißt, hier werden einfach die Leute aufgegessen oder so von den Häusern. Irgendwie infizieren mit diesem roten Zeug. Schnell zurück, Kaspar. Lass den anderen Weg nehmen. Das ist hier auf jeden Fall eine Sackgasse gewesen. Wir müssen doch hier irgendwie wieder rauskommen, sag mal. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann es kaum noch kontrollieren hier, mein Auto. Ja, ja. Pass auf. Du hast auch, glaube ich, hinten rechts einen Platten oder so. Habe ich eben gesehen. Ja, ja. Irgendwie hat mir das da reingestochen gerade. Oh Gott. Du musst aufpassen. Schnell weg hier. Hier geht es lang jetzt. Hier links jetzt. Okay, hier, okay, okay. Oh, oh, oh. Okay, ich muss einfach reparieren mein Fahrzeug. Oh, so. Oh, okay. Alter, das ist gar nicht gut. Was glaubst du, was wir uns jetzt hier erwarten? Ja, weiß ich nicht. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich will hier nur noch raus aus dem Wald. Jimmy ist mir egal. Jimmy ist mir auch egal. Ich will mittlerweile nur nach Hause. Ich auch. Das kann doch gar nicht sein. Aber nein, wir sind gute Freunde, Kaspar. Wir müssen probieren, Jimmy zu finden. Irgendwo ist der hier. Ich habe das im Gefühl, ey. Jimmy. Jimmy, wo bist du? Oh nein. Es splittet sich hier schon wieder. Okay, komm, wir fahren wieder links an. Ja, okay, komm, wir fahren diesmal. Ja, okay, komm, wieder links. Da ist der Mond, doch. Der geht immer weiter runter, sag mal. Ich weiß, Alter, der Mond sieht echt gar nicht gut aus. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist hier los? Das ist irgend so ein Tonessee, oder? Alter, so ein Blutsee. Guck mal, wie das aussieht. Komplett rot. Was ist hier los? Alter, der ist komplett infiziert schon. Hä? Denkst du, das ist durch das Wasser oder so? Alter, was ist hier los? Das kann auch sein. Das ist durch das Wasser kommt. Warte mal, hier ist doch so eine Bushaltestelle von diesen Bildern. Oder nicht? Oder ist es? Aua. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es ist sie gar nicht. Oder, nee, da vorne ist eine. Da vorne ist einer. Da hinten, das ist von den Bildern. Da, Mann. Da, Mann. Da, die Laterne daneben, weißt du? Ja, safe, safe. Oh mein Gott, stimmt. Oha. Alter, das ist ein Klo. Warte mal, vielleicht steht da irgendwas. Hörst du das? Was da? Ja. Ich höre Gitarre. Da spielt eine Gitarre drin. Hä? Huch. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht die Gitarre. Das sind irgendwelche komischen Geräusche. Raus, weg hier. Weg hier, weg hier. Ich kriege Angst davon, Alter. Weg hier. Das ist ein großer Klo. Okay, okay, okay. Komm, warte mal. Alter. Fahren wir hier. Ist das hier wieder eine Sackgaste, oder was? Die Brücke. Wie könnt ihr die Brücke nehmen? Oh Gott, die sieht gar nicht stabil aus. Die sieht ganz und gar nicht stabil aus, Caspar. Okay, ich glaube, wir müssen den anderen Weg jetzt gerade wieder nehmen. Ja, Mann, ja, Mann. Alter, ramm mich mal nicht. Den rechten Weg. Alter, ich will hier nur noch raus, sag mal. Das ist alles zu gruselig. Ich weiß, ich weiß. Oh, ich drifte. Okay, links ist hoch. Hier hoch, hier hoch. Wir müssen hier hoch, hier hoch. Okay. Oh Gott. Alter, Freunde. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was ist hier passiert? Das ist, glaube ich, weil Halloween ist, oder so. Ja, das kann sein. Fahren wir mal ganz kurz wieder ein bisschen weiter entspannt hoch, Freunde. Das ist, glaube ich, ganz und gar nicht gut. Wir haben nicht mehr lange. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit, dann ist die Saune komplett untergegangen. Oh, das ist echt nicht gut, ne? Ich will hier nicht auf jeden Fall im Dunkeln langfahren. Ich glaube, auf einmal meine Scheinwerfer, einer ist schon kaputt gegangen. Oh Gott, der Horrorwald, ey. So, wo geht's jetzt hier hin, Alter? Der Weg ist ganz schön lange. Ist so. Ich habe ein bisschen Angst. Wer wartet? Oh, warte, hier geht's runter, Kaspar. Wieso? Hier geht's ganz schön schnell runter. Geht's da raus? Geht's da raus? Bitte. Ich glaube, was ist hier? Ich glaube, dass es rausgeht. Alter, hier sind irgendwelche Sachen begraben oder so, glaube ich. Alter. Stimmt. Oh mein Gott. Nicht, dass Jimmy da ist. Hier ist ein Haus. Und das ist noch ein Bild. Hier ist ein Haus mit einem Hinweis. Das ist, glaube ich, schon der vierte oder schon der fünfte Hinweis. Was ist das, bitteschön? Das ist irgendwie so ein Palm oder so, oder? Oder so Bäume. Was ist das? Ich glaube, es ist so eine Busseite, wo wir vorbeigefahren sind, glaube ich, ne? Ist da noch irgendwas anderes hinten? Oder es kommt noch? Jimmy! Alter. Hey, warte auf, ich lasse mich nicht alleine. So zwischendurch gegessen. Nein, nein, nein. Ich warte, ich warte. Okay, ich komme, ich komme. So. Alter, das war jetzt ja gerade echt ganz, ganz komisch, Freunde. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Nee. Alter, warte mal, hier ist ein roter Weg. Hä? Äh. Ganz viele. Oh mein Gott, wo geht es denn jetzt hier lang? Guck mal. Wie jetzt? Was? Wo sind wir wirklich lang? Hey. Oh mein Gott. Also irgendwas ist hier ganz, ganz gewaltig faul, Kasper. Hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Oh Gott. Alter. Ah, 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 ah. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dreh mich, dreh mich. Okay, warte, warte, warte. Schieb mich an. Los, mach mal, mach, mach. Und los. Oh. Oh, danke, Alter. Okay, sehr gut, sehr gut. Richtig, richtig. Alter, das ist wie Eis hier auf dem Boden, oder? Ich weiß, wir musst so langsam fahren. Ich glaube, wir musst so langsam fahren, sonst haut sich hier aus der Bahn. Aber was ist das hier? Warum ist hier auf einmal so ein roter Weg und so? Was ist das auch für eine Musik gerade? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles so gruselig hier, sag mal. Ich weiß, es ist alles richtig gruselig. So, jetzt hier, vorsichtig. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt? Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt? Der rote Weg hat... Der hat aufgehört, Caspar. Hä? Alter, ich glaube, ich glaube, wir können hier vorne... Also der rote Weg hat einfach gerade aufgehört. Was ist hier los? Er hört da jetzt nichts, na? Was ist das hier? Ein Flugzeug. Oh mein Gott, lass uns das mal kurz abchecken. Jetzt einfach ein Flugzeug abgestürzt? Denkst du, das hat... Ich glaube, ja, und es hat jemand versucht zu vertuschen. Stimmt, ich sehe es gerade. Denkst du, hier ist noch irgendwo ein Hinweis oder so hinten beim Flugzeug? Oder obendrauf oder so? Oh mein Gott, es ist einfach abgestürzt. Alter. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich will hier keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ich auch, ne? Nachher sind wir noch irgendwie solche... Nachher kommt hier noch Polizei oder so. Das wäre auf jeden Fall gar nicht gut, ne? Alter, warte mal. Siehst du die Laternen hier oben? Die Lichter kämpfen? Und hier ist auch noch so eine Parkbank. Einfach so. Warte mal. Hä? Alter, da habe ich irgendwas gesehen gerade hinter uns. Guck mal, hinter dich. Hinter uns? Hat der Mond gerade rot geleuchtet? Alter, wir haben nicht mehr lange Zeit. Komm. Ich glaube, Alter, es ist gar nicht gut. Es ist echt gar nicht gut. Okay, komm. Alter, weiter, weiter, weiter. Dann lass uns hier mal ein bisschen weiterfahren. Aus dem Weg. Alter! Hier ist die Bushaltestelle, oder? Die du meintest von dem Foto? Stimmt. Das war für ein Foto? Das ist genau das Ding. Ja, das war genau das Ding. Warte, ist hier irgendwas hinter? Liegt hier Jimmy irgendwie hinter? Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Alter, Leute. Was ist das denn hier? Hier wurde wieder... Irgendwer wurde hier wieder vergraben oder so, ne? Irgendso ein Auto. Und das ist doch auch von den Fotos hier. Stimmt. War das die Auto irgendwo drauf? Das Haus von den Fotos. Ey, Leute. Wir sind hier... Irgendwas ist hier ganz, ganz gewaltig faul. Das ist gar nicht gut jetzt hier. Komm, wir fahren hier ein bisschen weiter, Kasper. Ich frag mich auch, wo das Monster ist. Nicht, dass uns das hier die ganze Zeit schon in eine Falle lockt oder so, ne? Das kann auch sein. Wahrscheinlich schon. Ey! Oh, das ist mir gerade mitgezogen. So, rumdriften hier. Ja, immer ganz vorsichtig fahren jetzt hier, ne? Man weiß auch nicht, wer uns hier gerade beobachtet. Ähm. Hä? Was ist das von dem Fotos, dieser Höhleneingang, den ich meinte? Oh mein Gott. Stimmt, das sah aus wie eine Welle, aber das ist das Ding. Ja, wollen wir da rein? Aber mit Licht an. Mal Licht an. Ich weiß nicht, ob ich wirklich, äh, sowas rein möchte, aber ich mach auch mal... Ne, mein Licht ist doch, mein Licht geht. Okay, ich mach auch Fernlicht. Fernlicht, okay. Oh Gott. Jimmy! Alter. Jimmy! Alter, das ist gruselig, hier zu fahren, sag mal. Jimmy, wo bist du? Jimmy! Der ist locker da unten irgendwo. Laufst du? Oh Gott, oh Gott. Oh! 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 Oh nein, es bringt sich der Weg! Oh! 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 Okay, warte! Okay, ich fahr links lang, fahr du rechts lang. Äh, längst ist es so schlau, uns aufzuteilen, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich hoffe, ich hoffe. Okay, ich fahr jetzt hier... Äh, warte. Hä? Hä? Da bist du doch! Ja, ich seh dich auch schon wieder. Okay, okay. Das ist ja ganz, ganz komisch jetzt hier grad, ne? Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Okay. Ich glaub, ja, ich glaub, hier irgendwo muss, äh, muss Jimmy, glaube ich, sein. Alter, was ist hier bitte schon los, Freunde? Ja, wie krass sieht das auch aus hier? Wo sind wir hier? Was ist hier eine tiefe Höhle, sag mal? Ich weiß, sie sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Als würde hier auch ein riesiger Wurm leben. Boah, fahr vorsichtig hier, ne? Nicht, dass du dich überschlägst oder so. Ja, oh, gut, dass du es sagst. Jimmy! Jimmy, wo bist du? Jimmy, bist du irgendwo, Jimmy? Ey, nein, ich überschlag mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab mich überschlagen. Ich hab meine Lampen so abgebrochen. Ich hab mich, aua. Ah. Nein! Okay, ich warte mal ganz kurz hier auf dich. Ich komm, ich komm. Oh. Oh, vorsichtig runter hier. Ja. Da bin ich. Oh. Oh mein Gott. Da, ich seh dich. Ich seh dich. Sehr gut. Okay, komm. Jetzt stell dir mal vor, die Höhle bricht gleich zusammen oder so. Alter, dann sind wir hier einfach gefangen. Das wär gar nicht gut, ne? Alter, wie lang ist bitte schon diese Höhle? Die ist richtig groß. Das ist riesig. Alter, stopp. Oh mein Gott. Stopp, was ist da? Alter! Was ist bitte schon hier los? Oh mein Gott. Da ist... Seh nochmal, von eben auch. Was ist das hier? Alter, guck dir das mal an. Hier ist einfach... Ein altes Klettergerüst. Warte, lass mal kurz da hingehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oder? Höre ich irgendwas? Ja. Hey, da ist rechts, oder? Doch. Oh mein Gott. Gruselig hier auf jeden Fall. Alter, weg, 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 weg. Raus, 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 weg. Hörst du das? Ja, ja, lauf, lauf. Das ist Brum oder so. Weiß nicht, was es ist. Komm, weg da jetzt. Alter, okay, warte, ich geh auch ganz schnell weg. Oh Gott. Das ist viel zu gruselig. So ein krasses Brummen oder sowas, ne? Alter, damit stimmt irgendwas ganz und gar nicht, Alter. Ich will jetzt nur noch raus. Ich fahr wieder nach oben. Ich fahr wieder nach oben, komm. Okay, ich komm auch nach oben. Kein Problem, Kollege. Okay, komm. So. Hier, ich bin direkt hinter dir. Ja, ja, alles. Hä? Oh mein Gott, das Licht ist ausgegangen, Kaspar. Alter, oh Gott, es ist so dunkel gerade. Das Licht. Mach Fernlicht an, mach Fernlicht an, dann sieht man was. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Alter, das Licht ist einfach ausgegangen. Alter, wie dunkel ist das jetzt hier, sag mal. Was ist denn jetzt passiert gerade? Oh Mann, Alter. Das heißt, irgendwer beobachtet uns auf jeden Fall. Oh mein Gott, da ist irgendwas. Was ist das denn? Da ist irgendwas. Was ist das da? Okay, jetzt ist das abgerissenes Haus oder so. Ich seh's gerade, ich seh's gerade. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, komm, weiterfahren hier, weiterfahren. Ey, das ist ganz und gar nicht gut gerade, Kaspar. Nee, ich weiß. Oh. Ich bin direkt hinter dir, ne? Alles gut, ich bin direkt hinter dir. Ey, was ist das hier? Alter, die Höhle wird doch immer eng, habe ich das Gefühl. Ja, Mann, mal klein, mal groß. Was ist das? Oh. Okay. Ich bin direkt bei dir, ne? Ich bin direkt bei dir. Ich, 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 ich glaube, ich rieche, ich rieche Luft oder so. Ich glaube, ich rieche, ich rieche Luft oder so. Oh, bremst, 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 bremst. Ah, ah, ah. Nein. Ah, stopp, warte. Ah, ah. Ich warte, ich warte, ich warte. Oh Gott, ich muss einmal. Ey, wir müssen splitten, wir müssen splitten. Nein, als ob. Ich fahr links lang, fahr du rechts lang. Okay, ich fahr rechts lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ganz vorsichtig jetzt hier. Ich, ja. Oh, oh Gott, ich war fast überschlagen wieder. Wie eng ist das hier? Hilfe! Das ist so eng. Muss auch aufpassen. Ich bin die ganze Zeit nicht am über... Oh, es ist so dunkel hier drin. Ja, ja, man überdreht sich hier die ganze Zeit. So, warte, jetzt habe ich wieder... Oh Gott. Ey. Wo geht das hier langsam? Aber wo kommen wir auch gleich raus? Ey. Ey. Warte, da sehe ich dein Licht. Ich sehe es auch, ja. Oh mein Gott, ja. Sehr gut. Geht es hier weiter, oder was? Hier geht es jetzt unten lang. Alter. Ja, ja, ja. Alter. Oh mein Gott. Was ist jetzt hier los? Das ist wie das Rote. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein will. Das sieht mir ganz, ganz, ganz ungeheuer aus. Oh mein Gott, Alter. Ey, Kaspar, das sieht voll gruselig aus. Aber übelst gruselig. Alter, wie groß ist das hier? Bitte schön. Alter. Das ist ja extrem groß. Wow. Oh mein Gott, wie rutscht man denn hier? Stopp, 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 stopp. Was ist das? Was ist das? Ich bremse, bremse. Hier ist irgendwas. Was ist da? Oh mein Gott, was ist denn das? Ich höre auch die ganze Zeit... Was steht da? Da schreit doch einer oder so. Das Fairly ist so doll. Das steht nur für Personal. Denkst du, ich kann nicht auf den Torbohm raufen, oder? Nein, nein, nein. Glaub nicht. Guck mal, der ist auch schon eingenommen. Ich würde dir auch den Boden nicht berühren, weil sonst wirst du auch so wie dieser. Das ist auch ganz glübschig gerade, Alter. Das ist richtig glübschig hier. Da vorne ist noch was. Warte, warte, ich hänge fest. Komm, 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 Alter. Ich sehe hier vorne schon was. Hier ist eine Stadt oder so. Was ist denn hier los? Alter. Was? Hier ist eine ehemalige Stadt. Das ist diese Geisterstadt, von der ich schon mal gehört habe. Denkst du, ah mein Gott, weißt du, was passiert? Ich glaube, die ganzen Häuser von oben werden hier nach unten quasi transferiert. Die werden so aufgeregt und verdaut oder so. Das heißt, das hier ist ein Riesenwurm? Hä? Wir sind in einem Wurm? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, hier geht es wieder weiter, ne? Äh, rechts lang. Okay, ich fahre auch rechts lang. Oh Gott, oh Gott, gib Gas, gib Gas. Alter, das ist der Wohnwagen. Alter, gar nicht mehr erkannt. Stimmt. Oh mein Gott, du hast recht. Da war gerade eben der Wohnwagen einfach. Man kann nicht mehr erkannt. Okay, was? Hier ist das Haus? Oh mein Gott, das Haus tut fertig gedingend. Alter, komm, weiter, 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 weiter. Reiz raus hier, Alter. Wir müssen raus hier ganz schnell. Ich will ja ganz schnell raus. Hier gibt es auch tausend Wege gefühlt irgendwie. Ich will ja einfach nur raus, Kasper. Oh Gott. Oh. 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 Ruhig, ruhig, ruhig. Oh, ich bin wie ein Profi-Autofahrer. Das wird richtig eng. Hier musst du bremsen. Oh. Wow. Ja, musst du aufpassen. Oh Gott. Okay, ich hab's. Okay, hier geht es auch weiter. Alter, wo sind wir hier? Bitte schön. Das ist ganz und gar nicht gut, Freunde. Auch die Musik und so. Das hat mir dunkel auch. Alles nicht. Okay, rechts rum. Wo lang jetzt? Rechts rum, rechts rum. Komm, rechts rum. Okay, okay, okay. Rechts war bis jetzt, glaube ich, immer ganz gut. Ja, ich glaube auch. Alter. Was kommt? Hä? Ah. Was ist da? Was ist da? Au. Was auf da? Was auf da? Ich weiß, die sind... Oh mein Gott, das war auf dem... Das war auf der Zeichnung drauf. Das ist ein Herz. Was? Oh mein Gott. Alter, das ist ein Herz. Was? Wir sehen wir einen Wurm oder so. Was? Alter, wie krass. Ich höre es doch pochen. Stimmt, ja auch. Alter. Und was ist hier unter dem Herz? Guck mal, da geht es rein. Ich weiß, ja. Oh nein. Ist das der Weg nach draußen? Oh nein. Ich werde gegessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Wo geht es hier lang? Sag mal. Oh mein Gott. Ich muss schnell heller stellen. Oh, ich auch. Ich auch. Es ist so dunkel. Okay, okay. Alter, was passiert hier? Was? Wir werden komplett... Nein. Ey, es wird wieder dunkel. Es ist wieder dunkel. Oh Gott. Oh. Es wird die ganze Zeit immer wieder dunkler und heller. Ich weiß. Ich muss wieder hell machen. Alter, was passiert hier, Leute? Alter, wir rutschen komplett irgendwo hin. Sag mal. Was ist das? Hä? Ich bin richtig schnell gerade, Alter. Ich rutsche gerade extrem schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden verdaut oder sowas. Ey, ich hinge fest. Ich hinge fest irgendwo. Du musst nicht zurückspulen. Du musst zurückspulen. Wow. Oh Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich fahre hier. Hilfe. Hilfe. Ich fahre an der Wand. Oh mein Auto ist komplett schrauut. Wo geht es jetzt hin? Die Augen. Oh. Was? 1000 Augen. Äh. Oh was. Die sind echt. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst dich wieder reparieren. Alter. Was ist denn jetzt hier passiert? Alter. Hier ist ein gruseliger Wald. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen heller machen. Das ist hier zu dunkel. Alter, wie krass sieht das hier aus. Sag mal. Guck mal, hier geht es weiter hier vorne. Siehst du das? Das ist der Wald der 1000 Bäume. Der 1000 Seelen wohl eher. Guck mal, die ganzen Augen hier oben. Siehst du das? Die gucken uns alle an. Ja, ich habe es eben gesehen schon. Alter, hier geht es in so einen engen Weg jetzt hier rein, ne? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz crazy, was jetzt hier passiert, Caspar. Oh, ich bin jetzt hier raus. Ich glaube, wir sind hier in irgendeinem falschen, falschen Ort gelandet oder so. Ja. Denkst du, Jimmy ist ganz hier unten? Der muss da sein. Der ist hier safe auch reingefahren. Jimmy, wir retten dich. Er dachte vielleicht, er kann sich da unterstellen vom Regen oder sowas, weißt du? Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Oh. Oh Gott. Verdammte Angst. Okay. Jetzt hier rein, sag mal. Wow. Wow. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Oh mein Gott. Das wird auf jeden Fall immer enger und enger. Weil irgendwas... Ah. 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 Guck mal, was ist da vorne? Dunkel geworden wieder bei mir. Da vorne sieht es aus, als wäre da so ein Ende oder so. Wie ein Ende? Warte doch mal auf mich. Ich weiß noch, was das hier ist. Hä? Oh mein Gott. Hä? Wo bist du? Oh. 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 Wo bist du? Was? Bist du hier rein? Oh mein Gott. Oh. Der Organismus wird dich jetzt aufessen, steht da. Wurde das? Nein. Was? Nein. Stimmt. Der wird uns jetzt verdauen. Wie jetzt? Wir wurden gefressen. Nein. Da kommt irgendwas hoch. Um was Rotes. Wir wurden gefressen. Stimmt. Um was Rotes. Was ist das? Kaspar, wir werden... Wir werden verdaut. Nein. Nein. Das war's gewesen, Freunde, von dem Halloween-Special im BeamNG. Wenn ihr von der Meldung sein möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.